Willkommen liebe Freunde zu einem neuen Format auf meinem Kanal. Herzlich Willkommen zu Metz Heiler Schule. Erste Folge, wir legen los. Ich persönlich liebe es zu heilen. Es dürfte inzwischen jedem klar sein, der mal auf meinem Kanal geschaut hat. Ich habe schon diverse Tippvideos zu Heilern gemacht. Ich habe schon in unterschiedlichsten Spielen die unterschiedlichsten Heilerklassen gemeistert ohne Probleme und habe beschlossen, daraus eine Heilerschule zu eröffnen. Yay! Ich bin euer Professor Dr. Matt and Sirius. Ich habe ein nicht vorhandenes Diplom in Heilen, das ich mir selbst ausgestellt habe. Ich wünsche, ich hätte jetzt hier eine Urkunde, habe ich aber nicht. Und wir fangen an. Okay, warum mache ich das Ganze? Ja, ich habe schon zig Videos gemacht zum Thema Heilen, Tipps für Heiler, Anfänge, Klassen. Alles Mögliche. Ich habe schon zig Erklärungen, zig Fragen zu Heilerklassen beantwortet. Und trotzdem habe ich beschlossen, eine Heilerschule aufzumachen. Das Ganze hat zwei Gründe. Zwei simple Gründe. Erstens, wie gesagt, meine Liebe zum Heilen, die ich weitergeben möchte. Genau, ich mag Heiler einfach. Heilen ist gut. Wir brauchen Heiler in der guten Gruppe. Vielleicht färbt irgendwas darauf ab. Ich sehe es immer wieder an den Reaktionen und den Kommentaren, dass ich als Main-Heiler ziemlich gut ankomme. Gebe zu, sind auch hin und wieder ein paar Auftritte dabei. Die sind jetzt nicht so. Wo ich dann aber auch ganz ehrlich sage, ja, muss besser werden. Aber unterm Strich sonst immer starke Heiler. Das zweite ist, aus dieser Liebe heraus möchte ich euch ermutigen, selber auch Heiler zu spielen. Und anders als mit meinen Chip-Videos möchte ich euch mit diesem Format die Chance geben, frei auszuwählen, an welchen Punkt ihr gerade steht, was ihr gerade braucht. Ganz simpel. Ich werde auch nicht sagen, das ist jetzt für Anfänger, das ist für Fortgeschrittene. Ich nehme einfach ein Topic, was für Heiler wichtig ist, sowie halt auch in diesem Titel zu Folge 1, kurze Vorstellung der Heiler-Schule und Basics. Ich nehme halt ein Topic, wie in diesem Fall Basics, und fange ganz simpel damit an. Ganz simpel, ohne Probleme. Und das ist der ganze Sinn hinter Mads Heiler-Schule. Genau, wir fangen mit den Basics an. Ganz simpel. Und dafür hilft mir heute der Pythos. Mein Sabo-Heiler. Zu Basics, ich sag's direkt, ich sag heute nichts zu Skill-Trees, ich sag nichts zu Skillungen, Vor- und Nachteile. Wir fangen mal ganz, ganz simpel an. Und zwar mit den Fähigkeiten. Jede Klasse, welch Wunder besitzt Heilfähigkeiten. Deswegen heißt das Ganze Heiler. Diese Fähigkeiten machen einen unterschiedlichen Grad an Heilung. Manche machen mehr, manche halt auf Zeit, manche weniger. Seht ihr da wunderbar. Es gibt Gruppenheilungen, es gibt Single-Heilungen, es gibt kostenlose Heilungen, es gibt teure Heilungen. Mein Tipp an euch zum Thema Basics ist tatsächlich einfach erstmal reinzugehen und zu spielen. Ganz simpel. Es gibt ja Instanzen, je nachdem wie die in Spielen heißen. Dungeons, hier heißen sie Flashpoints. Veteran-Flashpoint kann euch überhaupt nichts passieren. Geht da einfach mal rein und heilt einfach mal. Bekommt ein Gefühl für eure Klasse, bekommt ein Gefühl für eure Fähigkeiten. Ignoriert mal wirklich auch so die ganzen Skill-Trees und alles. Fangt an der Basis an, euch mit den Fähigkeiten auseinanderzusetzen. Denn die Fähigkeiten sind unterschiedlich aufgebaut von Klasse zu Klasse. Und wenn ihr erstmal eure wirklich, eure Lieblingsklasse habt, dann fangt erstmal ganz simpel damit an mit Basics. Denn neben Heilfähigkeiten gibt es auch noch verstärkende Fähigkeiten. In diesem Fall wäre das der Stimmschub, der mir erlaubt, mehr Schnelligkeit zu haben. Und wie ihr seht, sofort eine Kolto-Infusion oder Injektion gewährt. Auch habt ihr hier die Adrenalinsonde, die eure Energie wiederherstellt. Und kriegt wirklich mal am Anfang ein Gefühl für diese ganzen Fähigkeiten an der Basis. Das ist wirklich ganz simpel, kriegt jeder hin. Das ist das Wichtigste, was ihr braucht. Auch wichtig, wie gesagt, für Heiler, Basiswissen, ist eure Überlebensfähigkeit. Als Heiler macht ihr euch sehr schnell sehr unbeliebt bei Gegnern. Sei es im PvP, sei es im PvE. Dementsprechend, wie gesagt, habt ihr auch ein gewisses Maß an Defensivfähigkeit, die ihr auch ausprobieren dürft. Wir wechseln mal die Klasse, um euch mal zu zeigen, wie das weiter mit den Basics aussieht. Dass ihr auch mal seht, das sind unterschiedliche Fähigkeiten. Dementsprechend müssen die Klassen auch unterschiedlich gespielt werden. Der Saboteur in SW-Tor muss zum Beispiel anders gespielt werden, als der Söldner in SW-Tor. Der Söldner muss anders gespielt werden, als der Hexer, den ich euch auch gleich nochmal zeige. Hier habt ihr zum Beispiel Fähigkeiten, die sehr stark einzeln reinhauen. Im Gegensatz zum Saro. Dann habt ihr hier auch entsprechend andere Fähigkeiten zum Gruppenheilen. Ihr habt hier kostenlos andere. Ihr habt auch hier die Kolto-Hüllen alles. Ihr müsst auch ein Gefühl dafür bekommen, tatsächlich für dieses Kolto-Gas. Was auch erstmal Basics sind. Auch das Kolto-Gas, ja, ist Basiswissen. Dementsprechend schnappt euch auch mal den und probiert euch dann auch mit dem Kolto-Gas so ein bisschen aus. Das sind ganz normale Basics, die ihr wirklich mal frei ausprobieren könnt. Da könnt ihr die ganzen Skill-Trees hier alles drumherum erstmal komplett ignorieren. Nur auf die Basics. Auch hier wieder, der Mandomedic, der Söldner, wird anders gespielt als der Saboteur Pythus. Pythus und Mandomedic werden anders gespielt als Xaros, der Hexerheiler. Zeige ich euch auch nochmal. Der hat auch nochmal andere Basisfähigkeiten, die auch hier nochmal sich massiv ändern. Wo ich noch eine Belohnung wähle. Ich mach mal ganz kurz eine andere Fähigkeit, dass ihr auch die Basisfähigkeiten seht. Dann habt ihr hier wieder Basisfähigkeiten, dunkle Infusion und alles. Für die braucht ihr auch ein Gefühl. Zum Beispiel der Hexer ist auch eine sehr teure Klasse. Wie setze ich zum Beispiel die statische Barriere ein? Wie mache ich das mit dem Aufleben? Die einzelnen Fähigkeiten, Gruppenheilung. Das kriegt auch hierfür erstmal ein Gefühl. Wirklich, ganz simpel. Fangt mit den Basics an, indem ihr wirklich euch mal eine Instanz schnappt und teilt. Ihr könnt auch hingehen und sagen, ich laufe jetzt mal Klassenstory. Schnappt mir da einen DD-Gefährten oder einen Tank-Gefährten und lasst die draufhauen. Ich trainiere an einer Trainingspuppe. Was macht wie Heilung? Das sind die ganz simplen Basics, mit denen ihr wirklich anfangt. Das ist so der erste Tipp, erste Folge Basics. Das sind wirklich so die Basics. Fangt an, mal wirklich mit eurer Klasse zu heilen, ohne jetzt mal wirklich groß Fokus auf das ganze andere zu legen. Sei es Stats, sei es Skilltrees und alles. Dass ihr ein Gefühl für die Klasse bekommt. Ihr braucht dieses Basisgefühl für die Klasse. Was können eure Fähigkeiten? Was habt ihr für Fähigkeiten, damit das was wird? Das war es auch schon mit Folge 1. Ich hoffe, ich kann euch für dieses Format begeistern. Es werden weitere Folgen folgen. Ich habe noch jede Menge Wissen dafür da. Wenn die Sache gut ankommt, lasst ruhig einen Daumen nach oben da. Wenn ihr dieses Format nicht verpassen wollt und teilnehmen wollt an der Heiler-Schule, abonniert diesen Kanal kostenlos. Und dann machen wir aus euch Top-Heiler. Vielleicht lasse ich sogar Diplome drucken bei erfolgreichen Absolventen. Gut, das war es jedenfalls erstmal für heute. Das war es von der Heiler-Schule. Ich bin Matt and Serious, Professor Dr. Matt, Diplom-Doktor in Thema Heilung. Ich hoffe, ich kann euch dafür begeistern. Danke fürs Zuschauen. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.